Und aus diesen vier Teilen, die uns da einstimmig überliefert sind, machen wir jetzt ein Arrangement und nehmen diese Bausteine und fangen, wie das bei Tanzmusik üblich ist, mit einem Einspiel an. Wir nehmen den zweiten Teil, die Bia spielt diese Bordun-Melodie, die Fiona kommt bei der Wiederholung dazu mit dem Überschlag und der Clemens legt einmal dem Bordun-Bass, wie eine Overtür. Tänzerinnen und Tänzer im Saal wissen, ah, da kommt dieser Jucker, suche ich mir eine Partnerin oder einen Partner, die diesen Tanz super kann und die geben ihnen drei Teile und wenn die auf der Bühne sind, dann geht der eigentliche Tanz los. Und dann wechselt der Bordun auf die Bassdrum und das Hi-Hat gesellt sich dazu. Let's do now! Oh! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020